Dagegen hätte ich tatsächlich überhaupt nix. Dann basteln. Tür zu. Dann basteln wir uns noch ein paar hier. Wir brauchen glaube ich alle. Ich nehme mal lieber alle mit. So, das muss zumindest für 64 reichen. Ja, das reicht. 65 Blöcke haben wir jetzt. Das muss reichen. Der Rest kann dann wieder rein. Das ist dann normal. Den nehme ich auch noch mal mit. Oha. Dann können wir da die Diamantebene ausbasteln. Schade, dass Zombies keine Leitern klettern können. Sonst hätten wir hier oben so einen richtig epischen Fight vielleicht. So manchmal, ne? Wäre doch mal was. Die Spitzsacke hält. Aber keine Sekunde mehr. So. So. ruhige leise musik geht auch immer oder doch einmal noch einmal halt noch einmal halten die hält noch ein bisschen kann man reparieren am anboss anbossen müssen wir auch mal bauen wer ist keine diamant blöcke ok dann bereich mir trotzdem noch nicht sehr schön da werden wir eigentlich mal so ein bisschen die ja los wie viel das da oben ist schon viel oder schon mal sagen ich nehme mir so ein bisschen erde mit und dann hier so ein bisschen paar dia blöcke die braume nämlich solange noch welche hier sind so ein dia block habe ich tut mir leider müsst ihr jetzt hier an ans kraftenfeld kann man so verschwenderisch sein ok 8 dias wir haben nur noch acht lose dias und ich glaube da habe ich ein skelett gehört ich habe lieber schnell nach oben bevor es bevor es uns hier noch unterschießt und ein enderman haben wir auch vergeben und nein habe ich ihn falsch gesetzt enderman haben wir als auch gehört hält aber noch die spitze geld noch aber nicht mehr so lange alle diese diamantebene die wird so schön hier können wir oben so eine kleine bücherei oder so was hinbauen keine ahnung es reicht nicht scheiße drei blöcke noch ich möchte ihn hier und noch mal abbauen ich mache mir dann noch mal eine dia spitz oder nicht der spitzer kamen wir eigentlich hier unten zwei blöcke kamen wir schon 22 blöcke haben wir schon das ist jetzt echt hier so ein bisschen hart ohne diamanten also ich brauche noch einen diamanten dann gehe ich auch gerne abfarmen so schon haben wir wieder neun fürs kraft den feld damit haben wir wieder neun blöcke das heißt wenn wir uns jetzt nicht verbauen haben wir die diamantebene gleich fertig wenn man das so nein den habe ich nicht drei blöcke die setzen wir jetzt und danach sind wir mit der dia ebene fertig hoch mulch wenn synchustinator mensch 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 das ist eine ebene woher die dia ebene wie viele die undärwurt drin stecken verdammt viele jetzt habe ich vergessen was ich eigentlich wollte in der oben zu bauen kabel kabelfarm Das Getreide ist fast wieder fertig Und was macht das Huhn da im Getreide? Mensch, das gibt's nicht Wer war das? Du? Dann kriegst du da was Das kann nicht sein, dass du hier einfach mein Gemüse betrampelst Das esse ich jetzt So Ich hab nix Ich hab nix Du gehst... Alter Ja super, jetzt hast du ein... Jetzt hast du ein Huhn rausgelassen Was wartet jeden? Worauf wartet jeden? Irgendwie läuft dir so ein bisschen was aus dem Ruder hier Alter ist gut Ich esse das Fleisch jetzt So, du wirst jetzt hier Ja Und du leider auch Und das hier esse ich dann hier Verrottet das Fleisch will auch niemand haben Das kann man doch gleich dann essen Dafür gibt's da morgen leckeres Hühnchen Ne? Oder nicht? Ekelhaft So Das Huhn da hinten Tut mir leid, du bist nicht Albert Lecker, 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 lecker So, eine Kohle packe ich da nochmal rein Kann man eigentlich Kies braten? Habe ich mir gedacht Kommt das Granit hier rein Ander sieht Bei Stein kommt das hier Das hier Das hier Dann brauchen wir jetzt noch 64 Kabel Damit wir dann 64 sag ich Dann müssen wir da oben die ganze Ebene ausfüllen Dafür brauchen wir Ja, dafür brauchen wir ein Stack Mindestens Die Spinne sieht mich nicht So, dann bauen wir hier noch so ein bisschen ab Eisen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt Wobei man Wobei ich Eisen abbauen kann Das macht ja nix Macht ja nix Macht ja nix, wenn ich ein bisschen mehr Eisen habe als sonst So Okay. Super. Soll ich mich jetzt mit Kabel hochstecken, oder was? Gut. Hier müssen wir raus. Na, Hühner, geht's euch gut? Ja. Wie kommt ihr beiden denn da bitte hin? Also, ich bitte euch. Irgendwie läuft, wir brauchen eine richtige effektivere Hühnerfarm. Mit dem Trichter-System und sowas. Daran müssen wir uns auch nochmal setzen. Aber erstmal kommt der Bauernhof und den Bauernhof habe ich dann, ja, dann kommen nochmal die Gehege weg, dann kommt da die Gehege weg und dann kommen die zum Bauernhof da, damit wir hier eine einzige freie Fläche haben. Dann würde ich sagen, stacken wir uns nach oben, essen nochmal schönes Roß, Groß-Hühner-Bein. 27 Sekunden. Oh, das kann lange dauern. Mit dem Hunger hier. Zu dir eben haben wir jetzt auch übersprungen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir ganz oben. Hier oben gibt's dünne Luft. Hier könnte man natürlich auch mit einem Bogen oben sein und dann irgendwie ein Skelett oder sowas abzuschießen. Oder man könnte von hier oben angeln. einfach die Angel ins Wasser schmeißen. Mal sehen, ob das geht. Also, lang genug wäre die Angel, aber ob man da irgendwas sieht, das ist dann die andere Sache. Darum mache ich mir dann auch keine Sorgen mehr. Also, dass sie in packs. So, und die 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 das ist kein Kabel war es was 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 wir warum wie rum vor allem Ich genieße aber den Ausblick immer noch Schön Hätte ich jetzt hier Optifine hätte ich ranzoomen können Aber haben wir leider ja nicht mehr Von daher ist das jetzt ein bisschen blöd Ja, aber der Turm wird Also ich kann euch mal sagen So Schon wieder kein Kabel Das gibt es nicht Pixelmusik Nette schöne Pixelmusik Und wir sind jetzt Ja gut Habe ich Pixelmusik gesagt Heavy Metal Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, hier haben wir so eine schöne Müllhalde jetzt hier produziert unter dem Lagerhaus. Müssen wir uns merken, unter dem Lagerhaus hier ist die Müllhalde. Das ist die neue Müllhalde, die zum Nichts zu gebrauchen ist hier. Hier werfen wir den Dreck rein, den wir nicht mehr brauchen. Getreide ist bald voll. Da schwimmt wieder ein Huhn, ey, das kann nicht sein. Wir brauchen eine effektivere Falle. Eine Falle sag ich, effektiveres Mittel. Das geht so ja nicht. So, da hoch geht es jetzt wieder. Davor schmelze ich nochmal das Iron Ore ein. Äh, hier. Und jetzt geht es dann mit 44 Kabelsäumen wieder hoch. Dann gucken wir mal. Also so ganz finde ich den Turm her auch nicht so ganz schön. Aber da können wir uns vielleicht noch was ändern. Aber sonst geht das. So, das wollen wir das bien shallen. Und dann geht das wiederkalобщество. So, bis zum nächsten Mal.